Die Server sind auch nicht die Besten, oje. Da bin ich mal gespannt. Ich spiele heute zum ersten Mal Anno 1404 seit neun Jahren, acht Jahren, irgendwie so. Ich erwarte das Schlimmste. Ähm, hier Hasbi. Ach man, ich... Hasbi. Ja? Wie wäre es, wenn ihr gleich auch noch mal kurz das Bauen und so erklärt, was macht. Und ich habe mich dann ganz kurz ein bisschen zurück, damit du dir alles in Ruhe erklären kannst. Das kann ich nicht. 3,74 Euro. Warum so unfassbar teuer? Das ist die Gold-Edition. Ich bin echt unverschämt, ey. Also Mutzi, du lädst schneller als Hasbi. Das ist nichts Neues. Mein PC ist nicht der Beste. Das reiche ich ab, mein PC. Schlepptop. Schlepptop, genau. Einfach nur umgebaut. Aber es hat halt einen recht guten E7 drin. Aber wie schnell man lädt, kommt es doch nicht auf an. Es kommt ja nur darauf an, dass das Spiel läuft und es flüssig ist. Das ist richtig, das ist richtig. Ich weiß noch, damals als Kind, da hatte ich mal ein Spiel, das nannte sich The Order of EverQuest. Und das hatte ich auf meinem alten, ganz alten, so einen XP-Computer gespielt. da musste ich pro match immer so 3-4 minuten ladezeit aushalten und als ich dann auch meinen pc gewechselt habe damals ganz stolz würde heutzutage auch nicht mehr gut sein habe ich halt das was ich in drei vier minuten geladen habe in einer sekunde geladen er kann es nicht lassen nein natürlich nicht guter mann ich habe das früher auch auf einem windows xp pc gespielt jetzt trinkt wieder jemand was jetzt muss ich auch was trinken ja ich muss mir jetzt demnächst auch was wollen da drüben lachen nicht so ein paar flaschen der haspie der hat jetzt die milch aufgebraucht jetzt muss erstmal der bot wieder neue milch holen gehen ich will milch und ich will cookies du bist jetzt hier ein schiff noch gleich und mit dem kannst du die welt gehen da wo du bauen willst erstmal hinfahren vielleicht werdet ihr damit eines tages auch in die gefilde des morgenlandes vorstoßen wir teilen es auch in verschiedene richtungen auf ich habe hier keine ahnung ich habe hier keine ahnung also im prinzip sägst du gerade los um dir eine insel zu suchen auf der du dich niederlassen kannst okay wenn du eine insel gefunden hast und du dein schiff noch ausgewählt hast das siehst du rechts unten am namen ja blinkt da wo dieses flaggschiff symbol ist dann das kontor symbol auf dann kannst du den kontor an den strand bauen und damit besetzen ja patrick das mit dem hunger kenne ich auch den habe ich auch land in sicht ich kann mit euch noch gar nicht diplomatisch handeln noch nein noch nicht noch ist auch frieden ja obwohl die hatte ich nicht eingestellt wir können das selbst entscheiden wir haben keine keine zwangsfrieden ja das ist das sieht doch nach einer schönen anlegenden stelle aus ihre baumöglichkeiten wurden erweitert die schiffsbesatzung hat die ladung gelöscht und in euer kontor geschafft ich sehe schon lena kommt super klar hey die braucht keine hilfe hat jemand auf der gleichen insel wie ich gebaut ne oder ach lena ne wir sind nachbarn achso ne ne wir sind nur nachbarn wir sind nachbarn wir sind nachbarn ja na geil dann bin ich doch mal so alleine ist doch schon mal nicht schlecht dann habe ich meine ruhe kleines markthaus wir sind nachbarn und wenn wir sind nachbarn Ah, das war dumm. Verdammt. Kann ich was abreißen? Ja, sehr schön. Klatsch. 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 Ja, wir werden uns hier noch ein bisschen... ...rumprobieren. Das wird alles hier noch sehr, sehr lustig, sage ich euch. So, die sind alle noch im Radius, okay. Ah, okay, wenn ihr auf den Markt draufklickt, dann seht ihr den Radius, was, äh, welche Bauernhöfe im Einflussgebiet von, äh, von dem Markt sind. Mhm. Okay. Baubereich ist geblockt. Ja, hier ist auch irgendeine kleine Straße, die muss erst mal weg. Okay. Ich denke, das geht erst mal so weiter und dann noch mal hier natürlich die Straße auch noch weiter. Bis hier hinter. Und hier das gleich und dann gucken wir mal, was wir da hinten hinbauen. Ah, Manuel wurde auch gefunden. Ah. Servus Mutti. Wie du siehst, ich habe gelernt. Hättest du mal Lust, Hintergrundmusik reinzumachen? Ist, ist ja, hat das Spiel keine, das hat doch ein bisschen Hintergrundmusik, oder? Ist das so leise? Na, ich habe eine Frage, wie, wie schließt sich denn jetzt so ein Kauf, äh, äh? Warte auf, Mitspieler. Lena, du hast gerade kurz Pause gemacht. Ähm, ich habe nur rausgetackt. Lass das. Ne, ich muss, die Leute, die wären sonst wütend. Ne, ne, geht schon. Ähm, du, wie kann, ich habe jetzt ja hier diese 40 Werkzeug eingestellt, ne? Was sagst du? Wie, 40 Werkzeug, die ich bestellen möchte. Wie, wie schließe ich denn die Bestellung ab? Bibi. Ähm, normalerweise kommt dann so ein Handelsschiff und bringt dir das Zeug. Also muss ich nichts bestätigen, einfach nur 40 einstellfertig. Ja. Damit dürfte das getan. Ja, ich habe das gemacht. Alles klar. So, der Holzfäller macht jetzt hier auch schon mal ein bisschen was. Was haben wir denn noch Schönes? Ähm, wie, wie bekomme ich überhaupt Bevölkerung eigentlich? Was? Wie, ich habe jetzt... Oh nein! Oh! Ja, ich habe das komplette Spiel jetzt schon verkackt. Warum? Wieso? Weil ich... ... vier, acht Markthäuser gebaut habe, statt normaler Häuser. Autsch! ... Anfängerfehler. Ja, weil die als allererstes... ... weil, weil, ja, ja, das kleine Markthaus, ne? Die Bauernhäuser haben. das ist das beste ich habe nicht genügend baumaterial wo sehe ich denn das hier oben wie du lehnst bei handelsangebot ab so verrückt wer du hast eins gemacht ich habe dir jetzt ein handelsangebot gestellt war es ja unten das baumenü das abrissmenü das diplomatie ich habe ich habe es gemacht und was bringt das mit das können wir miteinander hat zum lord norboff ist das der wo wir gestartet sind dort noch seit mir herzlich ja und nun der hellblaue typ in der mitte okay und ich soll von dem werkzeug kaufen 90 gold okay kein schiff in reichweite ach so ich muss das schiff erstmal hinschicken wahrscheinlich wo ist denn jetzt mein schiff schon wieder mit einem schiff in ja ist nicht immer so einfach ich fahre jetzt erst mal hier hin so da habe ich denn kein holz ich habe sechs holz ich habe doch ich habe doch ein holzfälle angestellt was ist denn hier unten los hast du hast du den holzfälle mit einer straße an dem kontor beziehungsweise an einem markthaus gebunden ich habe eigentlich ja jetzt habe ich sieben holz das geht ihr dauert ja ewig drückt ab dann wechselst du alle schiffe durch ja ja dann sagen du hast das kaum gespielt wer hättest du uns so was von platt gemacht hättest du uns wahrscheinlich gleich am anfang schon abgeschossen jetzt habe ich den trauben hanf ist immer gut und muss das auch gut auch saufen kiffen und noch mehr saufen was ich doch meinem leben an warte auf mitspieler lalena hast du wieder rausgetappt es kam gerade eine fehlermeldung und one drive ist nicht angemeldet keine ahnung was das jetzt wieder so das schiff ist das jetzt nein hier kommt ein feind ich bin kein feind der fahrt in meine fischerhütte ich bin kein feind was hast du jetzt gemacht nur weil man die keep weins kennt heißt es ja nicht dass man gut ist ja ich weiß so jetzt immer ich bin gern bereit mit euch zu handeln ich schlage ein ich bekomme regelmäßig war so diesem handel bin ich einverstanden jetzt fahr ich zurück ich schätze eure entgegenkommende art gibt es zu du bist profi oh patrick wurde jetzt für eine minute er eine sekunde gestärkt eine ganze sekunde eine sekunde genau oh gott so das telefon fahr mal zurück ja das lag weil du groß geschrieben hast und das bedeutet man soll nicht so schreien okay die wollen unbedingt getränke haben ja das ist der most und ich kann mich weiter kaufen anstatt nur zu packen tschuldigung nee alles gut so war das nicht gemeint so man darf nicht im caps lock schreiben ich glaube da irgendjemand hat mir den bot mal so eingestellt so oh Gott wenn ich jetzt noch wüsste wie man die gebäude dreht mal ein bisschen platz verschenkt aber na gut kann man das noch mal verrücken ich glaube nicht so schiffchen ist da lad mal aus hier wo ist denn unser unser anno experte panther wie dreht man noch mal die gebäude ich weiß es nicht mehr okay jetzt haben wir ein bisschen mehr zeug okay sehr schön dann sehe ich denn was mein schiff ist an deiner farbe man muss hier erstmal durchsteigen die machen jetzt hier sauferei ja alles gut ging denn das mit punkt und beistrich dreht man die gebäude alles klar dank dir krass danke kann ich diesen mosthof in der nähe von bauern bauen oder ist es nicht so gut also von meinen häusern würde ich nicht tun alles klar habe ich trotzdem gemacht gut zu wissen was hatten wir jetzt für ein problem ach so ich muss erst mal felder bauen ah ja es ist muss ihnen ja erst mal jemand sagen hier du wirst noch eine große streamerin boah das ist ja cool da weiß gar nicht wie rechte hat übertreiben übertreiben ich übertreibe doch nicht die siedlung eines ihrer mitspieler hat sich weiter weiterentwickelt ja ist ja gut nur zwölf holz auch du heiliger hast du oder brauchst du brauch ich für was bauen eine die hier die kapelle ich bin seit klein auf dabei und ist ja niedlich und soll ich das haben im mikrofon stelle gegeben böses mikrofon das mikrofon hat ja eine stelle gegeben ich habe mich auf eine stelle gegeben also wenn ihr euch wundert dass ich gebäude abreißen obwohl man denkt das ist doch richtig das liegt daran dass die in feld zu weit drüben stehen bei mir muss das alles hier perfekt nebeneinander stehen das kann ich sonst überhaupt nicht leiden sondern jetzt habe ich bei dem hier vergessen kann ich bei mir haben anbauen jawohl jetzt geht's jetzt kann er das bringen so ach der kommt das jetzt abholen ach du heilige scheiße ich habe auch keine ahnung ist sonntag endlich wieder was anständiges auf dem tipp helsinki ist gewachsen und hat einen neuen stadtstatus erreicht okay gut gemacht der fortschritt in eurer stadt ist für jedermann siedlung was man unbedingt mal spielen müssen ist age of empires aber die 1 ja dann warten bis es mal im sale ist oder nicht mitspielen ist ja gemein oh das ist schön das kann man das das ordre steht ja hier perfekt das der mann natürlich nicht genügend baumaterial ach ich brauche holz ich glaube ich fahre mal wieder zum lord hat er wieder was da kann das schiffchen mal dorthin fahren so kann man hier rein oh guckt euch das mal an wenn man hier rein reinzoomt oh das sieht übelst schön aus guck mal hier wie die bürger langlaufen und auf dem markt hier holt da gerade holz ab stehst du auch auf actionreiche spiele oder bist du eher so die ruhige gamerin oh ich habe ja schon crash bandicoot gespielt und das war alles andere als wo ich ähm dann spiele ich manchmal noch ganz gerne mal meseffekt wenn ich mal alleine bin aber wie gesagt ansonsten ich habe auch schon no man's sky gestreamt das kommt halt echt drauf an was ich Lust habe aber so so pvp zeugen muss ich nicht so unbedingt also so pvp shooter muss ich nicht unbedingt haben zwei ihrer mitspieler haben ein bündnis geschlossen habt ihr das gesehen liebe zuschauer mut sie und manu schließen ein bündnis die wollen sich jetzt schon gegen mich verbünden jetzt kommen sie gleich hier mit der großen flotte und nehmen das kleine hessing ein ich hab ja wenigstens wie ist wegen ein gutes geschäft habe ich nichts einzig ihr habt ein gutes wow was hat das jetzt bedeuten dass ich einen schönen stadtnamen habe was denn sonst so jetzt können wir nämlich hier die kapelle bauen tadaa ach das war eigentlich dumm ne jetzt haben wir dem holztyp hier das holz weggenommen das hat aber nur 87% einige bürger sind in ihrer stadt gezogen oh es sind bürger in der stadt hier seht ihr die sind so ätepetete viel spaß wenn du weiter im spiel kommst die wollen jetzt schon viel mehr die wollen jetzt auch noch kleidung haben also was sind denn das für leute das sind alles kleine lenas was soll denn das heißen das weißt du selber ganz genau ihr gut für eure bevölkerung das letzte wort wieso arbeitet mein mosthof nicht wenn ich fragen darf hast du ihn mit der straße verbunden ja wie ist die straße auch oder ist der mosthof auch im einzugsbereich du musst die felder noch platzieren die sind doch da die sind dann popstwiese guck doch bitte mal ich bin hier gerade ein bisschen überfordert kann mir süd aus als würde er arbeiten echt da bau ich einfach mal mehr vielleicht nichts daran du kannst da kann ja eh nur vier bedienen nein das heißt ich kann es daneben jetzt theoretisch noch einbauen lena mach mal mehr party ja was soll ich denn für party machen ich bin jetzt nicht mein handy hat sich aufgehängt siehst du was zum teufel das handy hat gehört ich will singen und schon hängt es auf sonst machen das nur menschen was kann man hier noch machen ich bin jetzt irgendwie fest hier warum kann ich denn hier eine kleidung produzieren weil das auf der insel nicht hergestellt doch ich habe doch hier hand ja du musst erst haben verstellen und dann kleidung ja aber ich kann ja nicht mal irgendwas mit hand bauen hast du genügend bürger ach so wie kann ich den stein abbauen wenn du genügend bürger hast ich bin doch nicht aggressiv bin ich aggressiv ja vollgas ähm ich weiß gar nicht wie ich das neben dir aushalten soll jetzt schon totesangst quatsch unfassbar aggressiv benötigt steinvorkommen sein nein nein je steinvorkommen ist das nicht klar und haus auf der euch für alles was ihr für diese stadt tut und da ist ein noch mehr so da was ist das eine Bärle hier so Bedürfnis nach Kleidung ja das ist halt gut zu wissen ja steinvorkommen aber ihr müsst mir auch sagen dass Kleidung herstellen kann das Spiel ist mir zu kompliziert really ja das überrascht mich jetzt warum kann ich denn eine Handfelder bauen Lena wie viele bürger hast du denn also bürger wo sie ich denn das klick mal auf deinen marktplatz ja dann hast du so eine auflistung patrizier bürger und bauern ich hab ich hab elf bürger häuser ähm dann klickst du mal du hast ja das ist dann ein bisschen das ist dann ein bisschen das ist dann ein bisschen 137 ist der aber reich ich kann ba ich kann ich kann der bürger blinkt sogar im baumenü ähm ach soo hier oben auf den Reitern muss ich noch um das ist dann 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 natürlich die Erklärung einer ihrer Betriebe stellt keine Wagen mehr her das ist dann natürlich die Erklärung ach fehlende Fruchtbarkeit diese fahren kann keinen Boden der Insel nicht nutzen da die erforderliche Fruchtbarkeit fehlt ah was machen wir das mache ich dagegen was willst du machen das steht bei einem äh bei meiner über meiner Farm steht das das wir ja ja was willst du bauen äh frucht also hier ähm wie heißt das ah ja du kannst Hanf anbauen du kannst Getreide anbauen Kräuter anbauen und noch irgendwas sie können auf dieser Insel saatgut aussehen um eine weitere Fruchtbarkeit zu erschaffen und das Saatgut erhalten sie bei Lord Northburg ok ich verstehe glaub ich und Al-Sahir hmmm ich verstehe das aktuell nicht wie das mit dem Saatgut wie verteidige ich denn das ähm du musst das kaufen hab ich du hast das Saatgut genau dann wie waren das Musik auf 1,27 die Leute waren schon aggro war ich so dumm das ist bei mir grad Werkzeug gekauft ne so ich hab's Hanf da gut geholt ich glaube das bedeutet wenn ich die Webstube hier baue sind die beiden haben Hanfstuben da auf jeden Fall im Radius da sollte man das vielleicht besser hier hin bauen und dann hier hinten wir haben nicht genügend Baumaterial wir müssen auf ein Holz warten ja die Zuschauerzahl hat sich mittlerweile erholt nach holprigem Start ja also ich versteh's grad echt gar nicht das macht Raum so wir sind hier schon wieder mit dem Schiff hier hinten wobei ich schon oft an blau überlegt habe aber ich konnte mich noch nicht durchsetzen was an blau mhm also schiff ja blau ist schon nice und aber ich krieg mal wieder zu viel ich verstehe es mit der Fruchtbarkeit nicht könnte er vielleicht in den Stream schreiben was für Samen im Lager jetzt ne ja was für Samen Hanfsamen Hanfsatgut im Kontor unterer Reiter sieht man Itemslots da kann er das Saatgut aktivieren du brauchst doch Obst um damit die Kontor ist doch das unterer Reiter ach da kann er das Saatgut aktivieren ja aber er kann ja Hanf schon anbauen er hat ja ein Problem mit seiner Mosthofproduktion also mit seiner Mostproduktion er braucht ja diese diese Früchte mittlerer so Schatzkammer leerer Sockel dieses Konto kann ein weiteres Item nutzen oh Gott ey das muss für die Zuschauer so schlimm sein wenn man ihn ach jeder hat mal klein angefangen naja jetzt zeig Vielen Dank.